Man sieht, hört und liest immer wieder die Frage, wo denn Ethereum nächste Woche stehen wird, wo Ethereum nächsten Monat stehen wird und wo Ethereum in 10, 20, 30 Jahren stehen wird. Alle sind sich natürlich darüber einig, dass Ethereum nur steigen kann, idealerweise auf mehr als 10.000, im besten Fall bis auf unendlich. Selten wird allerdings die Frage in den Raum gestellt, wie viel Ethereum eigentlich im inneren Wert wirklich wert ist. Also eben nicht, wo der nächste Chartzug in die nächste Chartrakete steigt, um dann richtig durchzustarten, sondern wo der faire innere Wert eines Ethereum-Tokens, eines Ethers ist. Ich weiß übrigens bis heute nicht, ob es Ether, EFA, Ether oder wie auch immer ausgesprochen wird. Ich sehe in verschiedenen Videos verschiedene Sprechweisen immer wieder. Also ich höre in verschiedenen Videos verschiedene Sprechweisen. Seht es mir nach, dass ich es einfach Ether nenne. Ich möchte mich in diesem Video mal auf die Spurensuche begeben, was denn der innere Wert eines Ethereum-Tokens, eines Ethers sein könnte. Und ich möchte an dieser Stelle schon mal vorab sagen, dass diese Frageformulierung eigentlich so ein bisschen am eigentlichen Thema vorbeigeht. Aber beginnen wir mal ganz am Anfang. Im Vergleich zu anderen Kryptoprojekten, Coins, Tokens, Assets und hast du nicht gesehen, findet man bei Ethereum immerhin zumindest etwas. Man findet Zahlen, die man, ein paar wenige Zahlen findet man, die man miteinander vergleichen kann, um ein erstes Gespür dafür zu bekommen, wo wir momentan liegen. Und die rudimentärsten Zahlen eines Unternehmens sind Marktkapitalisierung und Umsatz. Marktkapitalisierung, da sind wir momentan so bei, sagen wir mal 300 Milliarden US-Dollar plus minus, je nachdem, ob es ein guter oder ein schlechter Tag ist. Und beim Umsatz waren wir im Jahr 2021 bei 10 Milliarden US-Dollar. Also Marktkapitalisierung von heute 300 Milliarden durch den Umsatz von 2021 10 Milliarden, kommt man auf ein Kursumsatzverhältnis von ungefähr 30. Also nach althergebrachten Methoden nicht besonders günstig. Der Umsatz von 2021 ist schon wieder ein bisschen her. Was sind denn so momentan aktuellere Werte? Da habe ich euch einen Artikel mitgebracht von invest.com. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und darin heißt es, der neueste Bankless-Bericht zeigt, dass der Ethereum-Netzwerk-Umsatz im zweiten Quartal 2023 von 1,27 Milliarden auf 847 Millionen Dollar gesunken ist. Wenn man das zweite Quartal dann mal auf vier Quartale in der Summe hochrechnet und noch so ein bisschen rundet, sagen wir mal auf 5 Milliarden in der Summe aufrundet, dann kommt man auch ohne Taschenrechner auf ungefähr ein Kursumsatzverhältnis von 60. Also Ethereum ist heute im Vergleich zum Umsatz teurer als vor zwei Jahren. Wichtigste Einnahmenquelle des Ethereum-Netzwerks dürften die Gas-Fees, also die Gebühren sein. Die Gebühren schwanken dabei, je nachdem, wie hoch die Netzwerkauslastung ist und was man dort überhaupt machen möchte, ob man einfach einen Token verschicken möchte oder ob man einen Smart Contract ausführen möchte. Auf der Internetseite ethereum.org ist ein Beispiel aufgelistet, was es denn kosten könnte, einen Ether zu versenden. Und die kommen in diesem Beispiel auf 0,000252 Ethereum. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und das Berechnungsbeispiel findet ihr unter dem Punkt, wie werden die Gas-Gebühren berechnet. Bei einem Ethereum-Preis von 1.000 Dollar betragen die Gebühren in diesem Beispiel so ungefähr 25 Cent. Wenn der Ethereum-Preis allerdings steigt, dann steigen logischerweise auch die Gebühren. Denn die Gebühren, die werden nicht in US-Dollar berechnet, sondern in Ethereum. Und Ethereum hat immer einen bestimmten Wechselkurs zu US-Dollar und Euro. Das heißt, die Gebührenstruktur, die berechnet sich eigentlich streng genommen, nicht nur aus der Netzwerkauslastung und was ich auf dieser Blockchain machen möchte, was ich in diesem Netzwerk machen möchte, sondern man muss auch immer den Umrechnungskurs zu seiner Heimatwährung beachten. Das heißt also, wenn die anderen Rahmenbedingungen gleich bleiben und der Ethereum-Preis um 10% heute Morgen gestiegen ist, dann kostet die Transaktion mich heute 10% mehr, ohne dass irgendetwas anderes passiert ist. Weil man ja immer so ein bisschen darauf schaut, wie das Geschäftsmodell aufgebaut ist und dass das ja kundenfreundlich sein muss. Ist es kundenfreundlich, dass der Kunde aufpassen muss, dass er zur richtigen Zeit irgendwelche Transaktionen vornimmt? Dass der Kunde schwankenden Gebühren ausgesetzt ist, je nachdem, wie hoch die Netzwerkauslastung ist, wofür der Kunde ja eigentlich gar nichts kann. Ist es sinnvoll, dass hier in Ethereum gerechnet wird, wo der Preis sich quasi sekündlich ändert und sehr großen Schwankungen unterliegt? Ist das sinnvoll als Geschäftsmodell? Ist das nicht sinnvoll? Könnte es sein, dass das später noch geändert wird? Wenn ja, wie könnte das denn geändert werden? Und haben die Leute, die Ethereum regelmäßig als Blockchain nutzen, haben die ein Interesse daran, dass der Ethereum-Preis hoch ist? Oder haben die eher ein Interesse daran, dass der Ethereum-Preis niedrig ist? Und hat die Ethereum-Foundation, die ja die Gebühren in Ethereum überwiesen bekommt, und die ganzen Miner, die ja auch in Ethereum entlohnt werden, haben die ein Interesse daran, dass Ethereum höher steigt? Oder dass es niedriger ist? Oder wie ist das? Kann der Ethereum-Preis wirklich einfach so immer weiter steigen? Oder ist es nicht im ureigensten Interesse von Ethereum selbst, von der Ethereum-Foundation, dass ich eine Art Gleichgewicht auf welchem Level auch immer irgendwann einpegeln könnte? Denn je höher der Ethereum-Preis, umso höher die Gebühren, wenn ich auf dieser Blockchain irgendetwas machen möchte. Die einzige Lösung dafür ist natürlich, dass man das Ganze so weit skaliert, dass man sagt, wir können die Gebühren senken. Dann hat man allerdings weniger Umsatz, weniger Gewinn. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nur eine Randbemerkung geben und mal diesen ganzen Themenkomplex mit illegalen Aktivitäten auf der Ethereum-Blockchain mal außen vor lassen. Ich spreche da hier nicht von Geldwäsche oder Terrorfinanzierung oder sonst irgendetwas, sondern ich rede von diesen ganzen tollen Krypto-Projekten, die hier auf der Ethereum-Blockchain teilweise gelauncht werden. Auch übrigens von NFTs, die ja selten sind und absolut wertvoll und wo keiner irgendwie über den Tisch gezogen wird von den privaten Endkunden. Die Sachen lassen wir mal alle so ein bisschen außen vor und tun mal so, als wäre das nicht existent. Aber was bringt es euch denn oder was würde es euch bringen, wenn die Ethereum Foundation richtig viel Gewinn macht, richtig viel Umsatz macht? Bringt euch das was als Token-Inhaber? Was besitzt ihr damit? Besitzt ihr einen Anteil an der Blockchain? An einem Miner? Besitzt ihr ein Stimmrecht in der Ethereum Foundation? Ist das wie eine Aktie? Ist das ein verbrieftes Recht? Was für Rechte habt ihr? Was für Pflichten habt ihr? Wenn ihr in eine Diskothek geht und ihr zahlt dort nicht mit Euro, sondern ihr ladet ein Armband auf mit Euro und dort steht Disco-Token, wie viel Disco-Token ihr auch immer damit kaufen könnt. Und ihr geht ein Bier kaufen und bezahlt dieses Bier mit diesen Disco-Token. Und ihr guckt der Dame an der Bar tief in die Augen und ihr sagt, wenn ich dir zwei Token mehr gebe, dann möchte ich mein Bier nicht in fünf Minuten, sondern dann bringst du mir gleich eins. Und ihr sagt, na klar, mache ich überhaupt kein Problem. Machen wir so. Und ihr könnt dort alles Mögliche mit diesem Token bezahlen. Und ihr könnt dort auch eine extra Lounge mieten mit diesem Token. Und ihr könnt dem DJ für fünf Token sagen, was der als nächstes für ein Lied spielen soll. Würdet ihr auf die Idee kommen, dass euch irgendetwas in dieser Diskothek gehört, dass ihr beteiligt seid am Gewinn, dass ihr beteiligt seid am Umsatz, dass der Diskothekenbetreiber auf euch zukommt und sagt, boah, richtig toll, ne, hier hast du extra Token und lass es richtig krachen? Würdet ihr das denken? Nee, oder? Die bieten eine Dienstleistung an. Und innerhalb der Diskothek könnt ihr mit diesem Disco-Token bezahlen. Und genauso ist es bei Ethereum auch. Ihr könnt innerhalb des Ethereum-Netzwerks mit Ethereum bezahlen. Für eine Dienstleistung. Zum Beispiel, indem ihr Token hin und her verkauft. Indem ihr ein Smart Contract erstellt und ihn dort auf der Blockchain entsprechend installiert. Dass der ausgeführt werden kann. Dass ihr den nutzt oder was auch immer. Aber ihr seid nicht am Gewinn beteiligt. Ihr seid nicht am Umsatz beteiligt. Und die Ethereum Foundation, die kommt auch nicht auf die Idee zu sagen, boah, nächste Woche Mitgliederversammlung. Jeder, der Ethereum-Token hat, ne, Stand heute, kommt bitte alle hier mal in die USA geflogen und wir erklären euch und ihr dürft abstimmen, ob wir denn noch die richtigen Leader hier an Bord sind. Und eine Gewinnbeteiligung und Dividende bekommt ihr auch. Ihr habt kein Anrecht auf gar nichts. Und wenn die Ethereum Foundation nächste Woche Mittwoch sagen würde, vielen, vielen Dank, danke für die Insights. Wir haben richtig tolle, tiefe Daten sammeln können über das Nutzerverhalten und wir verkaufen das Ganze jetzt an Google. Ciao mit Bauer, das war's. Und viel Spaß noch mit eurem Leben. Dann könntet ihr nichts dagegen machen. Das heißt doch aber im Umkehrschluss, wenn ihr nicht am Unternehmen beteiligt seid, wenn ihr nicht an Umsatz und Gewinn beteiligt seid, woran seid ihr dann beteiligt? Und nach welchem Wert misst sich dann Ethereum bzw. Ether? Welchen inneren Wert hat das dann? Hat das überhaupt einen inneren Wert? Ist das nur so viel Wert, wie ihr rein interpretiert, wie die Leute das haben wollen? Hat das einen Wert, der sich nach ganz anderen Maßstäben bemisst? Wie sieht das genau aus? Was glaubt ihr? Zumindest nach althergebrachten Werten sehe ich hier relativ wenig Möglichkeiten, wie man den fairen inneren Wert eines Ethers bestimmen kann. Aber selbst wenn man mal das Szenario durchspielt, dass an Ethereum und der Ethereum Foundation in Zukunft kein Weg vorbeigeht, weil die können das, die anderen können es nicht und überhaupt, die anderen verpennen ihre Chancen und Ethereum spielt die Karten richtig, richtig gut aus und in 20 Jahren ist das quasi so wie Amazon oder Google oder Apple oder was auch immer, dann stellt sich immer noch die Frage, wo ist denn der Wert? Ist der Wert in den Token oder ist der Wert bei der Ethereum Foundation? Es ist ein Unterschied, ob ich derjenige bin, der Macht über das Netzwerk besitzt und bestimmt, was da drin passiert oder ob ich der bin, der die Token hält. Es ist ein Unterschied, ob ich der Disco-Besitzer bin und entscheide, was ein Getränk kostet und entscheide, welcher DJ morgen spielt oder ob ich der bin, der an der Bar steht und hofft, für zwei Token mehr sein Bier schneller zu bekommen. Genau deswegen spielt die Frage nach dem Wert, wie viel Ether, Ethereum irgendwann vielleicht mal wert ist, wie viel es nächste Woche wert ist oder was der innere Wert von Ethereum, von dem Ether-Token ist, Diese Frage führt eigentlich an der Realität so ein bisschen vorbei, denn rein theoretisch ist von 0 bis 150 Millionen alles möglich. Da liegt aber nicht das Geschäftsmodell, da liegt nicht der wirkliche Wert dieses Ökosystems. Die wirkliche Macht über dieses Ökosystem, da wo wirklich die richtige wirtschaftliche Power dahinter steht, die man vermarkten kann, die habt ihr mit diesem Token nicht. Mich würde aber noch interessieren, was ihr dazu sagt. Wo liegt eurer Meinung nach der innere Wert von Ethereum, vom Ether-Token? Ist der überbewertet, unterbewertet? Wie sieht das Ganze aus? Und wie könnte sich der Wert des Ganzen berechnen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Vergisst das Like nicht, wenn euch das Video gefallen hat. Das Glöckchen nicht, wenn ihr mehr von mir hören wollt, inklusive Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und wir sehen uns im nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020